und damit herzlich willkommen zurück zu ente mir bei explorer p schön das eingeschaltet hast und das ist ein screenshot wert so wir sind im freien spiel letzte folge haben wir ja angefangen und wir müssen ja die gräber machen um die story weiter voranzutreiben vier gräber in vier gebieten und wir schauen mal was wir jetzt hier noch machen müssen herausforderung expeditionen preis spiel und hier sind wir und wir müssen noch zehn schatztruhen drei jeweilins reparieren und ein sammelstück finden ok dann schießt ihr ich muss normalerweise schauen dass das unsere spieler kriegen mit der hoffnung die dann einen fortsatz kriegen und die die batterie entfernen das wüsste ich nicht wie wir dafür machen sollen und collectibles finden eins ok ich würde sagen was das ist leuchtend holsturm zentraler aussichtspunkt für das gebiet um den damm benannt nach kommandant jarrick hole kommandant hole reiste zum baubeginn des järental damms aus antium an und schenkte der behandlung der arbeiter im gebiet besondere aufmerksamkeit er war streng erinnert sich sentinel fatima lan aber nur weil er seine verantwortung wichtig nahm er wollte niemand unter seiner aufsicht verlieren und bis die skar kam gelang ihm das auch holst starb bei der verteidigung von arbeitern während der skar angriffs ok und hier haben wir schon mal das genau das letzte teil entdeckung von eskari ich habe die skar erwartet wer tut das heutzutage nicht ich habe jedoch nicht erwartet dass sie organisiert vorgehen würden es war ein überfall sie kletterten von allen seiten über unsere läufe auf einer anhöhe vor uns war dieses andere insekt beobachtete rief befehle vermutlich eskari ich weiß nicht wie viele ich habe das auch erledigt sammeln müssen wir jetzt nichts mehr ok 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 Das hat keine Bedeutung, es ist einfach klar. Der Explorer, der noch wüsste, wo man die findet! Was ist hier los? Buckel, Buckel? Haben wir jetzt bestimmt doch noch. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Süßblatt? Ja, ok. Was für eine Truhe? Ich weiß nicht, wo Truhen sind. Oh, wir schauen uns weiter an. Du bist eine Truhe. Nein, bist du nicht. Du bist eine Truhe. Nein, auch nicht. Was? Okay. Sentinels hier, Mordruf um Beistand. Verbündete Lancer, bitte melden. Das Kleine verzweifelt. Es kommen ein paar fiese Wiche auf dich zu. Was für? Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Oh! Nein! Zählen, was bist du? Wo kommst du her? Was willst du? Sieht aus, als hätten sie Freunde mitgebracht. Mehr Feinde im Anmarsch. Bereit, wenn sie es sind! Was schießt ihr da? Und jetzt noch ein Urswix. Das Ding würde dich nur zu gerne zerfetzen. Bleib auf Abstand! Oh! Oh! Wasser, Kühlung! Das ist doch dann auch vorher noch nicht. Wir schaffen das! Nicht nachher! Nein Nein Was? Was? Okay, she's in place Sehr gut, nicht nachlassen! Aaaaaaah! Kann man mal bitte abkühlen? Bitte sehr, sagen Sie ja. Ne, Mann. Ah, ist er lediglich? Nein, Glück! Oh, war ein Ritter eigentlich. Sie sind ein Lebensretter. Das ist meine. Okay. Ember, Ember. Sehr schön. Schauen wir uns nochmal eben um. Das war jetzt das zweite Weltereignis, weil nach dreien müssen wir uns aus der Runde mal eben verabschieden und wieder einloggen. Sonst kriegen wir keine XP mehr. So. Äh. Wir lunschen aber mal eben auf die Map. Äh. Ne, nicht auf die Map, sondern. Ob das auch alles so richtig ist, was wir hier machen. Äh. Und. Das war halt die Uhr. Da sind wir. Schatztruhen. Oh je. Ja, wenn denn. Ja, okay. Das hat eben gezählt. Okay. Das ist schon mal nice. Müssen also nicht andere Spieler reparieren. Das geht auch mit NPCs, wenn die am Boden liegen. Hier ist irgendwo Action. Los. Man muss halt das sein. Ich hätte kein größeres Magazin mehr. Wäre das Possible? Was ist gut? Mit dem Ergebnis, dass mehr Ernte als die meisten Städterrassen hat. Entschuldigung. Okay. Oh, ist das eine Kiste? Okay, also hier in der Nähe ist eine Bande Gesetzloser, die ihr Ding durchziehen. Wir könnten sie erledigen. Wäre auch schön, wenn er den Fortschritt mal irgendwie anzeigen würde. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Das Wasser soll ja auch tun sein mitunter. Oh Gott, hier hatte ich übrigens die Sensibilität meiner Maus noch nicht eingestellt. Oh, 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 oh. Okay. Oh, oh. Ja. Was für. Ja. Ist das die Frage? Oder Fragen? Was ist das? Was ist das? Nix. Komm, gib uns noch eine Kiste. Dymaloot.de und so. Das ist aber schlaff, Herrmann. Okay, ich glaube... Das wird schnell. Brems. Die Gesetzlosengang, die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Aua. Oh, na, die Schuss abhältst du. Okay, 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 ich bin da mal eben. Shit. So, gut. So, gut. So. 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 Ops! Wir müssen es noch mal... Ich will das nicht schwarzen wie eine Nase sein. Da ist ein Tor. Sei auf alles gefasst. Hallo. Und noch mehr Gesellschaft. Sei vorsichtig. Ich bräuchte Gesundheit. Gesundheit. Das war doof. Okay, wir respawnen. Das war doof. Aber was soll ich denn machen? Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wo war das jetzt, das Ereignis? Das war's. Vielleicht, 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 da, da hin. Ich bin Was? 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 Der Ursprung des Signals ist recht klar. Wir sollten darauf eingehen. Wo denn? Was ist das? Ah ja, wir sind wieder bei Hits. Entschuldigung. Ich werde raus. Na? Hinaus? Er ist wieder häufig. Das ist das Land. Da war es natürlich so. Ja, ich bin ein Schuh für die, die L.-Mädchen der Feuerwehr ... Ich bin ein Schuh für das. Ich bin ein Schuh für die Hände. Ich bin ein Schuh für das. Normalerweise müssten meine Russen ja total verbeult sein. Wo ist die Mission jetzt hier? Kein Ereignis? Wir idlen noch ein bisschen rum. Hier ist sonst nichts. Das sieht eine Stimmung aus. Auf der Map sehen wir jetzt immer noch nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.